ja freunde winter ihr wisst nach der saison ist immer vor der saison auch wenn wir dieses jahr nicht wirklich eine saison haben sind da auf jeden fall in wilden vorbereitungen kleinigkeiten stehen auch schon aber das große und ganze noch nicht da werden wir noch mal separates video zu machen aber auch jetzt kurzfristig wenn wir letzte woche ein video auslassen müssen weil da warten wir noch auf ein paar informationen dann können wir damit um die ecke kommen da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden und in der zwischenzeit müsst ihr vorlieb nehmen mit gt3rs und unserem wunderschönen gewinnspielauto also denkt dran ich hatte noch ein paar fragen bekommen zu dem thema also noch mal wenn ihr zehnmal einen aufkleber bestellt ich glaube zwar im moment sind alle aus aufkleber ausverkauft aber als beispiel oder poster dann nehmt ihr auch zehnmal teil weil nicht euer name zählt sondern eure bestellnummer ganz wichtig also wenn du zehnmal eine käppe stellt oder was auch immer oder 83 mal dann nimmst du auch genau so oft teil also nur dass das doch mal klar ist und es wird noch einen drop geben jetzt am kommenden freitag 8.12 da gibt es die rollout cap und den rs hoodie und ansonsten gibt es keine neuen sachen mehr dieses jahr dann ist es das gewesen wenn da nix für euch dabei ist dann könnt ihr den alten sachen stören bei den anderen sachen als kann man ja nicht sagen wird es ja so abwertend dran godis zipjacke zum beispiel ist mein absolutes favorite piece schwarze richtig schöne schwere zipjacke also wenn ihr ja bock drauf hat guckt da noch mal rein ja ansonsten wilde sachen in planung ich versuche gerade winterreifen für den gt3s zu bekommen gar nicht so leicht felgen habe ich auch kurz überlegt ja aber wie ihr euch vorstellen könnt kosten gt3s felgen ungefähr so viel wie mein körper also ich müsste diverse innereien verkaufen um mir noch so ein satz räder zu erlauben deswegen muss man da was anderes einfallen lassen und jetzt bin ich gerade auf der suche nach winterreifen die auf die original also auf die sommerräder sozusagen passen ich weiß viele von euch kriegen jetzt einen anfall macht man ja eigentlich nicht egal ich mache trotzdem und wenn einer unter euch ist der sich für seinen gt3s irgendwelche anderen räder gekauft hat und seine gt3s räder 902 verkaufen möchte dann schreibt mir gerne auf insta da sehe ich immer alles kaufe ich ab weil ich brauche räder so ansonsten was wollte ich denn noch erzählen dann hatte ich noch zu erzählen was lustig ist taxifahren taxifahren gt3s auch ganz 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 wichtiges thema ich hatte ja überlegt am 10 12 schon welche zu machen aber weil jetzt gerade das wetter äußerst bescheiden ist haben wir das gecancelt weil das geht eh eine buchse deswegen wird es aber ab februar schon taxifahren geben hockenheim nürburgring etc wie wir das genau machen und so weiter sage ich euch noch mal im detail kommen aber auf jeden fall und das wird glaube ich auch ziemlich lustig werden und dann über das jahr verteilt natürlich auch nordschleife sanford und bildsterberg und was weiß ich wo überall wollen wir kleine erhöhung in der autobahn werden wir auf jeden fall mehrere tracks anbieten woher mit mir eine runde drehen könnte ich glaube das wird wirklich cool da freue ich mich drauf und ich glaube dass es für viele auch noch mal eine geile erfahrung ist weil rennauto taxifahrten auch cool aber da weiß ja jeder das geht wie die hölle steigst ja schon ein mit okay das wird jetzt krass beim gt3rs finde ich so geil weil du sagst ja okay ist ein krankes auto das ist ein straßenauto ich bin mal gespannt die erwartungshaltung ist glaube ich eine andere und ich glaube tatsächlich dass das noch mehr flasht da freue ich mich drauf und wird gut wird schön dann habe ich auch schon die erste kollektion iron force merch in der pipeline für die neue saison und da kommen dann endlich mal wieder die leute zum zuge die sagen alter magenta farbener hoodie mint farbener hoodie hast du sie noch alle macht doch mal was in schwarz ja kommt anfang nächsten jahres irgendwann sobald wir alle pläne gefixt haben wird es dann auch wieder neuen merch geben von iron force racing und diesmal etwas zurückhaltend ich bin mal gespannt wie euch das gefallen wird aber das dauert alles noch wir werden wahrscheinlich auch über den jahreswechsel noch die ein oder andere änderungen haben ein paar details da sind wir gerade noch am schrauben dran mit dem max der taubsturm ist wie ihr wisst der sagt nämlich nie was auch nicht wenn ich anspreche in der max jetzt nick der nur so freunde sonne schön schöner winter einbruch hier in germany sogar bei uns am niederrhein also echt geisteskrank die pool saison in düsseldorf ist jetzt offiziell beendet und wir fahren zum porsche zentrum niederrhein nach dienstlaken diesmal und werden da unser schätzchen in die inspektion geben damit ihr den wagen natürlich auch in feinstem zustand übernehmen können ich bin mal gespannt ich hoffe der godi hat ein gutes auto gekauft ja ich glaube reifen muss man machen bremsbeläge vielleicht aber ansonsten bremsflüssigkeit ansonsten klassischen service und dann müsste das eigentlich laufen auto ist nämlich in einem sehr sehr guten zustand weil ich will ja nicht meine schnuckelhasen da draußen irgendwie eine schrottkiste kriegen oder irgendwann ohne bremse gerade ausfahren das wollen wir alles nicht so jetzt sind wir da wunderschöner bau herrlich wo man die uns sagen so sagt sieht schon geil aus mit den orangenen blinkern finde ich ja also wir sind im porsche zentrum dienstlaken hier sind auch deutlich wärmer hallo immer alle gut drauf hier ja wir waren ja schon mal hier ihr könnt euch erinnern modernste neueste porsche zentrum in deutschland und da ist unser mann daniel sag hallo was gut ja bei dir sicher sicher immer schön das ist gut ja wir haben hier unser 996 schätzchen mitgebracht schön schön mit irgendwie service heft und allem was ich so gefunden habe dann gucken wir uns gleich mal zusammen an da würde ich nämlich mal vorschlagen weil wäre glaube ich ganz geil wenn wir da ein service dran machen könnten also so wie du denkst dass das vonnöten ist ja klar gucken wir uns an und dann gucken wir was gemacht ist was gemacht werden muss ja was offen ist das gebe ich dir schon mal was machen wir mit dem auto soll der irgendwo hin ja den fahren wir jetzt rein bei uns in der direkternahme ja willst du das machen oder soll ich das machen ja den mach ich schon bitteschön danke gute Fahrt ja auch schön ne so ein RS Spyder Entschuldigung Spyder RS weil ich ja wieder gedisst werde das finde ich übrigens ziemlich geil guck mal hier wenn du ein weißdachpaket hast bei dem auto steht das auch um dem dach schön eingebrannt und ich muss ja sagen so ein Entenbürzel hat ja irgendwie Stil ich war am Samstag bei Brabus auf der Creator Night und habe mich da ein bisschen rum getrieben und die haben sich ja jetzt auch hier an unsere Lieblingsmarke gewandt und haben da mal ein bisschen was gebaut gibt es auch eine Rocket Edition vom Turbo ist auch wild ein bisschen Breitbau kein Flügel Entenbürzel ich habe mich mit Jörn Gander unterhalten das ist da der ich sag mal Entwicklungschef der sagte nämlich du nachdem der GT3 RS rauskam 992 haben wir uns gedacht okay wir bauen was aber definitiv ohne Flügel weil was willst du da jetzt noch bauen weil Flügel sein Vater ist ja schon montiert deswegen hat das Ding auch ein Entenbürzel bisschen größer aber finde ich geil muss ich sagen steht auch gut hier ne schon tief neue Cayenne schon ein schönes Fahrzeug da bliebens hallo Direktannahme im Forscherzentrum Dienstladen mit Stehtisch mit allem drum und dran das heißt also dann kannst du den Kunden hier direkt Schnaps servieren klar falls es doch ein bisschen größerer Aufwand ist damit es mich wieder beruhigen kann können wir ja schön finde ich gut finde ich gut ja da haben wir das Schmuckstück ja 97er Auto also ganz früh klassisch mit den wunderschönen Spiegeleiern und jetzt bin ich mal gespannt was du sagst bin gespannt was der Daniel jetzt sagt jetzt ist er gerade mal eben aufs Klo gegangen aber ich glaube er findet nichts ich bin ziemlich sicher dass wir da was schönes gekauft haben hier kann man übrigens auch nochmal toll sehen guck mal hier Innenraumfilter so sieht er aus wenn er neu ist und so wenn er gebraucht ist das sieht schon ein bisschen fies aus das ist ja das was du einatmest da geht die Luft durch Bremsscheiben und so habt ihr mit Sicherheit alle schon mal gesehen aber guck mal hier könnt ihr das sehen ganz saubere Kanten und dann sind die irgendwann so eingelaufen dann seht ihr neue fällig Bremsbeläge ähnlich neu gebraucht die sind natürlich jetzt richtig runtergerockt da geht dann ja auch nichts mehr ach guck mal hier das ist gut guck mal hier Reifendruck bei geringer Profiltiefe Thema Aquaplaning das ist ganz geil zu sehen und zwar ich habe es schon ein paar mal gesagt Aquaplaning ist ja wirklich heimtückisch wenn ihr Aquaplaning haben solltet keine ruckartigen Schichten machen keine ruckartigen Lenkbewegungen keine heftigen Bremsmanöver oder sonst irgendwelche Spiräntien laufen lassen Lastert Auto in Ruhe und hoff das Beste ja weil Aquaplaning das ist schwierig ja aber hier kann man es ganz geil sehen und zwar Reifendruck bei geringer Profiltiefe oder Reifenabdruck bei geringer Profiltiefe ist hier zu sehen ja also ganz wenig Auflagefläche und hier kann man das schön sehen das hier ist das Wasser und dann guck mal wie hoch der Reifen hier ist bzw. wie weit der auf dem Wasser aufschwimmt und hier kann man das ganz schön sehen ja viel mehr Auflagefläche wenn dein Reifenabdruck oder wenn dein Reifen noch in Ordnung ist und dann guck mal hier wie tief der dann quasi durchs Wasser fährt also der schwimmt da nicht so krass auf und das ist das Thema Aquaplaning weil umso beschissener dein Reifen ist umso krasser ist Aquaplaning weil du einfach eine geringe Auflagefläche hast oder du bist mit einem Slick unterwegs oder einem Semi-Slick dann bringt das auch nichts in der Reifen Neues dann hast du trotzdem Aquaplaning Thema Bremsflüssigkeit auch immer interessant ihr könnt es schon an der Farbe sehen neue Bremsflüssigkeit alte Bremsflüssigkeit hier das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen sondern ihr könnt nur erahnen wie leicht das Pedal hier zu drücken ist bzw. wie schwer und wie leicht es hier zu drücken ist auch guck mal hier ich würde jetzt mal sagen es ist die gleiche Kraft hast du einen deutlich längeren Pedalweg und dann natürlich auch weniger Bremsleistung gebrauchte Zündkerzen auch mal schön zu sehen neue wird jedem klar sein wie das aussieht und dann hier guck mal irgendwann sind die so richtig verrust guck mal finde ich gut dass die erstmal so ein bisschen zeigen weil ja die meisten wirklich einfach nur sich ins Auto setzen, Schlüssel rumdrehen, losfahren da haben wir mal so ein bisschen Gefühl dafür bekommen auch hier guck mal gebrauchter Ölfilter gebrauchtes Öl was das für eine Mocke ist und so sieht das aus wenn das neu ist kann man sich schon vorstellen dass das natürlich besser funktioniert wenn das so aussieht wie hier rechts ja, schön gemacht so, jetzt gucken wir mal Reifenprofil, sieht auch top aus wirklich gut gepflegt wir sind gerade extra normatiliche Waschanlage gefahren damit du dir nicht so eine Siffkarre angucken musst ja, macht immer einen guten Einbogen wenn du ein saures Auto anguckst ich meine, wenn du zum Zahnarzt gehst putzt du ja vorher auch die Zähne, ne? also, wenn ihr euer Auto in die Werkstatt bringt vorher ruhig mal gerne waschen ja, ist ja jetzt kein Muss, ne? wir waschen ja nach dem Service waschen wir ja auch aber das ist natürlich immer schöner ja, es gibt ja so Autos die sind ja so versüfft ja, da muss man ja schon den Schomo-Zug für sich rein machen bei manchen Autos wenn man den Jeans wegfaut ist das schon, wenn man die Jahre bedenkt, ne? 97 90 ja, also ich sag mal ich gehe davon aus, dass 85, 90% sind erst Lack mit Sicherheit eine Seitenwand ist mal nachlackiert hab ich mal Lackdichtmesser drangehalten da schläge ich jetzt nicht wirklich aus also wenn dann wirklich nur nachlackiert wegen Kratzer oder so ja, wenn es wirklich ein Kratzer war oder so dann ist ja auch nicht schlimm, wenn es vernünftig gemacht wurde eben ja, der Simmerring zwischen Motor und Getriebe ist dicht was ja so eine kleine Krankheit bei den Motoren ist ja, das sieht top aus wenn du zufrieden bist, bin ich auch zufrieden ja, der Riemen ist auch schon neu ja, der hat vor gar nicht ich glaube vor 10.000 Kilometern oder so hat er eine Motorrevision bekommen ja, da sieht man also so ein paar Schräubchen hier die eigentlich sonst immer so ein bisschen wegoxidiert sind die sind dann schon neu gerade hier so ein Krümmer die sind neu gemacht, das sieht man die sind sonst kaum noch vorhanden bei dem Fahrzeugalter ich habe gesehen, Abgasanlage ist auch ziemlich teuer bei dem Teil, ne? ja, ja also die Schalldämpfer über 1.000 Euro habe ich gesehen das Stück aber, also die sehen auch noch gut aus sehr gut ich guck mal nochmal von unten quasi weil wichtig wäre ja auch, dass halt jetzt derjenige, der das Auto gewinnt nachher nicht in so eine Baustelle kriegt, weißt du wo der Teil wieder abgeben muss, weil er sagt, die Temperatur kann ich mir aber nicht leisten da hat ja keiner davon gewonnen noch, ne? ne, eben außer der Auto wenn ihr dann aber nicht leisten kannst, das Auto nochmal in Stand setzen lassen zu müssen ja, ne, das muss schon 1a sein ja was war das für eine Kontrolle? ja, Grundsätzlichkeitsstand ja, da ist ein bisschen wenig drin aber, ich gehe mal davon aus, dass das nicht in den letzten 2 Jahren gemacht wurde gucken wir uns aber gleich nach das selber war das auch fast platt das wird aber auch bei der Inspektion mit geprüft und 4,2 bar Luftdruck draufgegeben ja, okay also ein bisschen mehr Wind als in so einem normalen Reifen das ist ja hier so eine Asphalt-Trennscheibe da nur da muss noch ein bisschen mehr Luftdruck drauf geben die Scheiben sind übrigens nur angelaufen, weil wir gerade in der Waschanlage waren nicht, das wäre jetzt hier die ersten doofen Kommentare der Innenraum nass ja, hast du ihn aus dem Reihen gezogen oder was? ja, das sieht auch alles soweit top aus mit dem Rest gucken wir uns dann beide Inspektionen genauer an ist ja schon mal gut, dass hier jetzt keine offensichtlichen Mängel festgestellt ist also, bisher komm ich wirklich nichts feststellen ja, sehr schön das hört sich ja schon mal gut an was denkste, was wird der Spaß nachher kosten grob? ja, wir gucken uns jetzt mal an hier, ob da was so offen ist ob kleine oder große Inspektion ja ja, also ich sag mal alles, auch wenn ihr jetzt sagst, kleine reicht grundsätzlich alles, was dir auffällt, auf jeden Fall machen das Ding soll schon in einem guten Zustand dann in die neuen Hände übergeben ja, und wenn der Motor vor 10.000 gemacht wurde, werden ja die Kerzen wahrscheinlich auch mit dem Neue gemacht worden Naja, also die haben einmal komplett alles gemacht, der ist auch Stahl gebuchst und so schon ja, also die ganzen 9 und 6 Krankheiten sozusagen direkt mit erledigt also eigentlich müsste da alles den Haken umrein so, Motor überholt bei 111.000 weißt du, was der jetzt gelaufen hat? 2019 100... 21 oder sowas ich gucke 121.446 also 10.000 Kilometer umgekehrt hat da eine große Wartung bekommen also würde ich eine kleine Vorschlagung ja mit Bremslösigkeitswechsel hier steht das letzte Mal 2011 ist halt die Frage, ob es alles eingetragen wurde ja aber bei 99.000 die machen auf jeden Fall mit ja, sicher ist sicher also das sind... also ich meine der Vorbesitzer hat selber auch eine Porsche-Werkstatt ich denke... man hat das gemacht, aber genau durfte es nicht eintragen ja ich meine, ist ja auch eigentlich alles immer bei Porsche geworden hier, das ist der Vorbesitzer in dieser Laden ah ok und... äh... 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 und der hat halt eben gesagt ok, Jan, geile Idee und ich habe zufällig gerade ein Auto gefunden was noch älter ist als der und deswegen kannst du den haben und ich finde einfach, dass es für so eine Geschichte das perfekte Auto Top-Zustand, gut gewartet und eine geile Historie das Auto wurde von Porsche Österreich 97 genutzt um die Markteinführung des 996 zu feiern also... cool ist irgendwie auch eine nette Geschichte ja, Fanfreund von der Historie tipptopp und jetzt ist es auch bei dir in guten Händen na klar meinst du, wie lange brauchst du? ihr habt ja gut zu tun, ne? ja, gut zu tun haben wir immer ähm... also ich gehe davon aus, dass wir heute anfangen das war dann... ein, zwei Tage später ist das Ding fertig das wäre schön, holen wir den am Freitag wieder das ist ja auch nicht so ein riesen Aufwand ich hoffe, da bleibt auch so wer weiß also sonst wer hat ja normalerweise jetzt schon aufgefallen ja, stimmt klar, Kleinigkeiten können immer noch auffallen wenn man dann die Räder runter hat oder sonst irgendwie auf der Bühne aufgebockt hat aber... ja normalerweise die großen Sachen haben wir jetzt kontrolliert die 996 spezifischen die richtig teuer werden die haben wir schon mal ja, schön dann würde ich sagen Schlüssel hasse Autor hasse, Papiere hasse viel Spaß danke schnelle Hilfe kurz entschlossen heute ist Mittwoch ja, ich habe vorgestern angerufen Glück gehabt ja, wir helfen ja gerne danke Porsche Zentren am Niederrhein Dienstlagen in dem Fall wird jetzt hier die Inspektion machen und dann ist das Ding ready to run ja, Zulassung ist ein bisschen schwierig Zulassungsstellen sind im Moment irgendwie weiß ich nicht überlastet ja, ein bisschen aber wahrscheinlich Jahresende sind so viele verrückte die noch ein Auto zulassen müssen müssen wir ein bisschen warten aber ist ja nicht schlimm ja, der auf den einen oder anderen Tag kommt wie heute so auch nicht an ne, Hauptsache wir haben alles ready wenn das Ding verlost wird gut alles klar danke und dann holen wir den die Tage heute ab so, Junge das sieht doch aus wie ein Hollywood so also Freunde wie ihr seht alles vom Edelsten so Bremse ist auch noch Tico Taco ach herrlich wunderschönes Kfz echt gut echt gut hat der Godi was Feines gekauft so die Lampe ist gut nehmen wir mit also auch nicht mit dem Kopf ne du kannst ja gar nicht in den Kopf stoßen du bist unklar ja, Freunde wie gesagt alles gut